Herzlich Willkommen zu weiteren Parts von Neri mit mir und der andere da namens Wolf ne ich bin nicht da Schnellladen schmücklich für das Spiel passiert ist so äh da war ein kleines Missgeschick mit Save und ja äh jetzt müsstest du mal sehen hier sind so gut aber gut dass ich nicht sehe ich muss jetzt gleich zur Abteilung ein paar Besorgungen da wird man einfach angesprochen Prozent gehen wir ich hab ein Boot damit kommen wir uns Prozent zu dieser Prior egal deshalb was er tot umgefallen G2 ist kommt es ihm vielleicht schlägt er leck auch vor aber Prozent das ist in Neri das hat solche Anforderungen das schießt Flammen aus dem Ding okay warte auf mich ich bin schwer bewaffnet ja das ist das ich dachte schon da bleibt der Hengel hier ist gerade von der Elbesee von der Brücke gefallen oh Gott Swiss high es sind da um ich sitz auch da um ich sitz auch da um sicherlich haben sie versucht den Erzabbau zu unterbinden das Erz von dort ist nämlich sehr wichtig für den Kanzler er führt schließlich einen Krieg gegen das Nordreich ihr wisst schon es hat sich vom Rest niris abgespalten und es hat unabhängig erklärt der Kanzler duldet das natürlich nicht und drückt mit seinen Truppen zu Nordstadt Carbide vor ich hoffe sehr dass sie mich nicht in die Armee einziehen werden es ist schrecklich dieses Gekämpfer und als hätten wir nicht schon einen ausgewachsenen Krieg am Hals machen diese Hexer auch noch Probleme ihr habt solche wie sie sicherlich nicht zum letzten Mal gesehen überall in Medien versuchen sie die Infrastruktur des Reichs ins Wanken zu bringen sie gehören zum Volk der Eterna ich habe keine Ahnung was du gerade tust ich auch noch nicht ganz Neuer ich werde noch sehen ich hoffe ich doch oh mein Gott das Boot ist verschwunden wir schweben okay es war vielleicht ein bisschen zu laut wir sind bei der Abtei angekommen das Boot ist immer noch weg Hilfe ich habe das Boot unter euren Füßen geklaut Arne ist das Boot Rudi Apotheke ist das Boot durch diesen Purschen zu Boden und wir sind immer noch auf aufnehmen sehr gut sehr gut das ist das müssen durchgeknäten das ist das hier abtütteln bis hin was so hoch du will der Soldat bis heißt es nicht ich schießte gleich ein Pfeil in den Arsch warum tust du so etwas? nein, ich will du weißt schon gut Deutsch ich tue Licht Papier Moment, ich muss einen kleinen Zwischenstopp machen, weil bei mir gerade Relife anschlägt Oh, what? Get up, Digga Wolf? Nein jetzt geht's weiter Nein oh, scheiße, ich hab außerdem schon Dings, wir sind schon auf Sendung und du weißt schon ich werde dir dazu gezwungen das schneiden wir einfach nachher wieder raus und ich hab mir was mitgebracht Waffel, juhu juhu ich hab ein Speedshot geschossen, verdammt schon wieder es macht immer mehr Screenies was sind das für Steam, hör auf ich krieg ich mach Steam Screenshots böses Team so, nachdem ich erfahren habe, dass ich auf die falsche Taste gedrückt habe geht es entl- welche Taste drücke ich? ja, das ist das für uns ja, schon nur, äh pfff hm 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 da machen wir hier mal eine kurze Cut, wir haben hier ein paar Technik so das gibt es doch nicht verehrte damen und herren es gibt momentan fps probleme wie es aussieht dann beenden wir für heute erstmal das let's play auch wenn es nur fünf minuten gedauert hat verzeiht aber ich versuche dies zu beheben